Moinsen, ihr Füchse und Füchseinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu God of War. Ragnarök, wir sind aktuell unterwegs nach den zwei super, duper, mega, riesen Flauschewölfchen zu gucken und ich bin gespannt und hoffe, ihnen geht es gut. Muss irgendwas trinken und dann geht es auch schon weiter. Los geht's hier durch den heuchten Wald, wie wir ja gelernt haben, ne? Nehmen wir immer mal einen Blick nach oben riskieren, man weiß ja nie, wo so überall Loot rumhängt. Okay, hier geht es irgendwie lang, aber das ist wohl noch verboten, wir müssen wohl da durch. Ups, nein, 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 so. Ja, das hat nur funktioniert, ne? Gehen wir mal vorsichtig weiter. Oh, Achtung. Nein, 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 nein. Okay. Vielleicht hat er gerade irgendwas Vogelartiges? Doch, doch, ich höre ihn, ich kann ihn schon hören. Wo mag er sein? Ich kann ihn hören, ich sehe ihn aber noch nicht, aber wir werden ihn gleich finden. Da. Fuck, wieder mal ein Auge von Odin gefunden. So, dann einmal hier durch. Ne, warte, so geht das nicht. Ne, so geht das auch nicht. So geht das. Ne, Mann. Na, also. Oh, 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 Junge, was ist denn los hier? Du musst doch hier nicht so eine schlechte Laune schieben. Der macht sich stärker. Wer macht hier wen stärker? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist die Sau? Wo ist die Sau? Wo ist die Sau? Da ist er. Na, du? Mir wird nicht rumgesungen. Ja, und sei still. Ja, und sei still. Und sei still. Ich glaube, der ist richtig still, ja. Da geht nix mehr. Was, das? Ja, gut. Ich wollte nur diese Kiste da öffnen. Da muss doch irgendwie so ein Stress entstehen, ne? Unglaublich. Unglaublich. Oh, ein Asgarder Barren. Da brauchen wir nur noch ein paar Stück von. Und dann können wir unsere Rüstung verbessern. Schön. Okay. Weiter geht's. Wir holen den Speer der Freuden heraus. Alter, das klingt irgendwie falsch. Ne? Und dann geht's mal weiter. Irgendwas macht hier schon so Essgeräusche. Ich finde das nicht gut. Wir müssen irgendwie da lang. Aber ich gucke jetzt trotzdem mal, wo das hier hinführt. Einfach nur wegen dieser Essgeräusche, die ich da vernehme. Guck mal. Da ist schon irgendwas am Abgehen. Da ist eins. Und. Wo mag wohl das letzte sein? Na ja, das werden wir gleich finden. Erstmal machen wir das hier frei. Ah, da. Guck mal. Hallo, Wölfchen! Wuhu! Oh, oi, 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 oi. Du bist aber... Du bist aber böse drin. Junge, Junge. Du hast ja richtig, richtig schlechte Laune. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Bitte ein bisschen, wie sagt man, entspannt bleiben. Da, guck mal, ist das nur ein R? Dann machen wir den hier noch hin. So, da haben wir das doch auch schon wieder fertig. Da. Warte, hier war nur noch eine da. Sonst fehlt hier noch dieses komische, D-artige Ding. Dafür müssen wir aber erstmal hier Feuer machen. So machen wir am besten, indem wir hier ran schießen. Wieder noch mehr? Ne. Aber dann könnten wir ihn hin und so machen. Ne. Sind die nicht miteinander verbunden? Erzähl mir doch nichts. So, und jetzt? Okay, das hat nicht funktioniert. Das ist auch zu weit weg. Vielleicht da hin. Na, jetzt aber. Jums. Na, also. Ist doch gar kein Problem. Ne, ich brauch dieses D. Jawoll, und auf ist die Kiste. Ha. Das löpt, sag ich euch. Das löpt. Zack, fertig. Wuthorn. Zwei von fünf Hörnern mit Blutmeet gesammelt. Die zur Erhöhung der maximalen Rage benötigt werden. Ja, da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Ich glaube, im Laufe dieses Let's Plays werden wir noch einmal einen Boost kriegen. Aber mehr wird das wohl nicht mehr. Gut. Dann weiter in Richtung Wölfchen, würde ich sagen. Mhm. Ich hab auch Bock, die zu flauschen. Da geht's uns, glaube ich, allen gleich. Gib mir mal eben noch deinen Hackesilber. Das brauchst du ja nicht mehr. Moin. So vorsichtig. Und flauschig, hoffe ich doch. Hoffe ich sind die gut drauf. Gauen wir mal. Kratos, siehre die Ommen. Alter, wie das aussieht, Mann. Ist das ihr Baum? Ähm, hallo? Ich glaub, sie schlafen. Tja, da haben wir's. Die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch hier schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Oh, wie diese auch aneinander geschmust sind. Hast du Bock, Atrius? Schauen wir mal los. Skulls und Hattis Schreinach waren die Einhelljahre beteiligt. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist. Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Ja. Klingt doch optimal, um... Immer so ein bisschen horchen. Irgendwo irgendwie so ein Raben hört. Hättest du wohl gerne, wa? Ach, das ist ein Affe. Ich dachte, das wäre einer von diesen Gegnern. Die dann singen, aber ne. Gut, pass auf. Atrius, ne? Du musst mir folgen, damit du nicht außer dem Gift rumschlabberst, während ich da... Ich werde mal mit meinem Speer reinklömmeln. Mooi, Bams! Hier. Der Bock auf den Speer. Aua, aua, aua. Junge, Junge, Junge. Hier, ich werde mir nicht so Bock brauchen. Akt vielleicht. Oh, das ist blöd gelaufen, wa? Aua. Voll nett von dir. Mehr ein Hirjan, linkerseite. Kom, kom. Tschüss. Die lebt noch. Wow. Wie bist du denn? Und rein mit dir den Gipsgabelschleim. Gut. Den haben wir es wohl gegeben, würde ich sagen. So, was ist das da? Kann man das öffnen oder was ist das jetzt hier genau? Ja, da müssen wir mal bei, wa? Ist nett, dass die das extra dran gebaut haben für mich, damit ich da einfacher rein kann, ne? Ist schon sehr nett von den Leuten hier. Hallo, Krator. Hast du das gesehen? Seit wann können die das? Ein neuer Feind. Wachsam bleiben, ja? Genau. Wie er das jetzt sagt, statt ich? Wie geil ist das denn? Das ist doch so ein Zweinspruch. Wachsam bleiben, Junge. Vorsichtig, Junge und sowas. Aber jetzt sagt er das. Das ist ja mal mega gut. Er hat's nicht gemacht. Er hat sich richtig gemausert. So, dann lesen wir mal, was da steht, wa? Treffend. Mhm. Üppig. Üppig. Die Warnen würdigen die Üppigkeit ihrer Welt. Es aufzuschreiben ist allerdings überflüssig. Die Schönheit Warnheims spricht für sich selbst. Ist das so? Na dann. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Wuppala. Und da ran. Ja, du brauchst dich gar nicht zu... Ja, klar. Was? Ich höre schon wieder so'n Odinsvogel. Hört ihr ihn auch? Er ist hier irgendwo. Auf jeden Fall nachher die Augen aufhalten. Hier ist irgendwo einer. Gehen wir erstmal weiter. Aber man kann ihn schon hören. Da. Hört ihr ihn? Er ist deutlicher geworden. Irgendwo da hinten. Gehen wir erstmal weiter. Der ist irgendwo im Dorf drin, würd ich sagen. Gehen wir mal ins Dorf hinein. Kommen wir da hin? Ne, so nicht. Dann war das doch der richtige Weg. Ach, da hoch. Ich bin einfach nur ein bisschen dumm. Wo bist du, Bruder? Ich höre dich, aber ich sehe dich noch nicht. Noch nicht. Wunderbar. Und rüber. Oh, er hat sich... Also, wie das aussieht. Wenn ich sie einreiße, greifen wir an. Ja. Ist doch schön, wie sich hier so ein kleiner Tümpel gebildet hat und so, ne? Also, echt schon schön. Okay, bist du bereit? Let's go. Das ist die Frage, aber die werden kommen. Keine Sorge, hier sind Objekte zum Schmeißen. Kannst du davon ausgehen, dass das ein Hinterhalt ist? Von hier oben kommen wir hin. Ja, aber der hat linke. K. � war doch nicht. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Von Monaten rauf doch! Wui! Ich habe geballert. Warte mal, wir müssen uns mal um den da kümmern. Das nervt mich schon. Warte mal kurz, ich möchte dieses Ding schmeißen bitte wenns geht und auf Weten auf, schade. Ich dachte ich würde wen treffen, aber das hat ja nicht so gut funktioniert, naja. Kannst nicht alles haben, ne? Da schlackern wir doch die Arme. Oh, das war, ja, ungewöhnlich erwartet. Immerhin. Au, was zu denn her, Digga. Du brauchst dich gar nicht so wegteleportieren, Bruder. Da kommt noch jemand. Hi. Büss. Da ist sie. Es reicht ein Loch in Odins Armee, zumindest fürs Erste. Ich glaub nicht, dass Asgard bald die Soldaten ausgehen. Du warst ja kürzlich da und hast das Lager gesehen, ne? Die sind doch schon gut am Produzieren, das muss man ganz klar sagen. Jo. Weiter gehts oder wat? Jetzt können wir hier erstmal die Kiste runterklötern. Äh, Kiste, Kette mach ich natürlich. Bereit den Mut an seinen Platz zu bringen? Na gut. Sofort. Das klingt wirklich seltsam. Ja. Ist auch. Guck mal, hier hat einer gepennt. Oh, war schön am schlafen und schlummern. Da kommt wieder rum, ne? Geh in dem Fall auf den Sack. Richtig Moppelkotze, Mann. Ich will den Raben nicht mehr. Hm. Na gut, dann gehen wir mal runter, ne? Ist das der Mond? Hey! Schnell! Sie entkommt! Los! Na ja, wer dabei? Aber keine Hektik, du. Ich bin ein alter Mann, ne? Warte, 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 jetzt hier den, 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 den! Oh, die hat doch einen Faden! Alter, wie die das einfach so weggesteckt hat, obwohl ich die mit so einem riesigen Schein da beschnitten hab. Und nochmal! Schön vorsichtig, wieends! Ja, weiß ich das! Wo ist sie jetzt hin? Sie sind wieder weg! Schnell! Wir müssen rüber! Äh, Moment, äh... ...Ich arbeite dran! Nä, 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 na, nä, 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 nä... ...ooh...bom! Achso, nee, das soll da stecken bleiben. Ich hör den Vogel wieder. Wir folgen jetzt erstmal. Ja, warte. Tschüss. Sehr genug Sonne rauf. Bamm, 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 bamm. Du mit dem Kack-Bief-Bress, Alter. Red die nervig. Tschüss. So. Noch ein Hinterhalt. Aller guten Dinge sind frei. Ja, und dann wäre da das. Oh, der Horn kräht. Ja, dann. Ist ja perfektes Timing, würde ich sagen. Dann verschnauft mir mal kurz, hier am Wasserfall. Ist doch auch schön. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder noch nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020